Howdy Partner, wer nicht skiltet, der nicht gewinnt und der nicht gewinnt, richtig, der hat noch nicht geskiltet und herzlich willkommen zu einem erneuten Handvideo hier auf diesem skutanischen Kanal. Die Mucke wurde unterbrochen durch iPhone von Gianni. Chillig, Digga. Ja, wie gesagt, es ist quasi ein Solo gegen Trio. Meine Jungs sterben. Ich bin eigentlich mit Trio reingegangen, sterben aber relativ so am Anfang, dass ich eigentlich quasi alles selber machen muss. Ob ich die Jungs wiederkriege, werdet ihr natürlich in dem Video sehen. Ich spiele natürlich wieder mit der Vetterly und habe die Scottfield als Sekundär mit Fächern. Und damit würde ich sagen, wir gehen rein. Skrrr! Nur mal so zur Info, ein Monster nur. Ja. Ja. Und also PvP hoch. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir wie eben, Yannick, wieder auf zwei, drei Teams stoßen. Okay. Also ich würde sagen, wir gehen direkt nach Nordosten. Der Kadaverschmuggler hat Lust. Nordosten, ja, können wir machen. Der Kadaverschmuggler. Ah, ich habe jetzt noch die, äh, die, habe ich doch die unheimliche Schwester, Yannick? Ah, fuck. Die hat ja schon Bounty nach Hause gebracht. Es gibt Schlimmeres. Denn heute holen wir ihre Köpfe. Ja, Salam. Ja, Salam. Haben wir den Schlag gesammelt? Ich habe meinen gesammelt, ja. Ja, ich würde sagen, nach Osten direkt. Blinkt mehr auf. Pferde. Ja, das wäre ich. Okay. So, das war ein Alter. Ah, okay, krass. Lol, dann. Lol. Ich habe euch eingesperrt. Danke. Ich hole das Ding, ich hole das Ding, ich hole das Ding. Bleib von Sicherheit. Das Ding ist noch blau? Was ist das hier, Salami? Salami. Ja, Salami. Hä? Ich bin übrigens mit einem, äh, einem, äh, Blut, den es hier weniger in die Runde gestartet dran. Oh, chillisch. Ja, dann sollten wir mal hinkriegen, dass wir, ähm, jemanden verbannen. Ja. Schatz. Ja, wir nähern uns Nordosten, ja. Kann auch sein, dass wir vielleicht, Achtung, krähen, dass wir uns, ähm, Leuten nähern, die gerade gegen das Monster schon kämpfen. Oh, ich werde angeschossen. Oh. Von Norden? Also von dem Haus irgendwo? Töte kurzer Schwarmutti. Ich bin tot. Es war von Nordwesten. Von Nordwesten? Ja. Hab einen Sniper bekommen. Ja, ich seh, hier vorne. Einen hab ich. Und bin sehr verdammt. Oh, fuck off, da haben drei Leute. Du liegst ja relativ gut schon mal, du. Oh, der schießt hier durch. Fuck. Fuck. Du liegst nicht gut. Du liegst nicht gut. Du liegst nicht gut. Du liegst nicht gut. Du siehst nicht gut. Du lesst nicht gut. Das war es nicht so gut. Ich habe einen Schirm ausgedrückt. Boah, das Ding hat... Hui, jibbi! Lass lieber noch ein Stück nach... Ja, Nick, haben die angezündet... Ja... Brenn auch schon ein bisschen... Da, da... Zünden sie ihn auch an? Ich hab nix... Eine Lampe oder sowas? Der hat ein Problem mit dem Monster da oben... Der hat ein Problem mit dem Monster da oben... Ja, Nick, haben wir verloren... Dafür brauchen wir eine Tropf 4... Jetzt go, baby... Ero 5, ich komme... Für den Flex... Achso... Die Hure... Janik, dich kann ich dich holen... Du bist tot, tot... Leider, Digga... Wir brauchen eine Trophäe für dich... So, wir müssen jetzt direkt das Monster killen... Klar... Das Monster befindet sich in dem... Da ist der Blendkanat hochgegangen... Aufpassen jetzt... Ja, ja, ja... Stacheldrahtbombe... 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 Da ist auch einer drin übrigens im Haus... Ich hab's selbst gehört... Ja... Magnus... Shotgun... Ach, der ist wie… Ah, nein... Ach, das ist wie... Ach, das ist... Wait... Es hat die Hards... ... Wissen... ... ... ... ... ... ... Einer weniger. Abscheid. Links. Ja. Da macht einer ein Tor auf. Das war's. auch einer kriegt ja das kann gut sein schon ausgebraucht das ist schon gut vorgeheizt ja 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 Oh man da was hab ihn das heißt nur nicht ob der teammate von ihm noch mal lebt erst mal slow mo doch da war eben noch steps oder nicht ich glaube schon doch ich meine ich hätte auch was gehört doch wer hat da sehen wo unter dem letzten ding oder was blinkt blinkt da und bewegt sich rechts im wasser war da hinten hier pot jungs ja 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 gibt es ihren hammer axt sogar jetzt sage ich den munson direkt das ist doch kein held man da ist ein monster ja das ist echt weiter genau getroffen und dann kannst du da dein auto drauf anmelden und zahlst du weniger steuern und du musst keinen tipp machen da seht ihr jetzt seht ihr jetzt von meiner sicht aus euren totenkopf ok bei mir bei mir ist das jetzt nämlich so angezeigt euer totenkopf ist halb weiß und halb rot das heißt ich löse jetzt die erste trophäe ein auf jeden fall in belgien muss das kostet mich natürlich leben darauf achten dass du achte scheiße marvin holst du die andere trophäe äh da kommt der elo 3 er wieder durch man kennt ihn digga was denn wansinn ich war echt tot gewesen ne und alter was eine intensive runde stimmt digga boah gut das boah du hast recht what the fuck ich hatte wirklich nur noch ein 14 h leben zurück ne ich bin tot gewesen ich hätte das spiel demsel hier sofort ich werde heute noch nach braunauer im innen gefahren da irgendwo hier wohnt und hätte da auch noch radau gemacht bei dir vor der tür santi die haben gesehen nur der assassin das bringt nix hier ist nichts mehr zu holen tatsächlich sieben kills einer wurde wiederbelebt den ich abgeschossen habe oder vielleicht wurde team 1 relativ früh von irgendjemand anders gekillt ja einfach in der schmutz runde ja ja